Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF-Marsch, im Marsch-Krimi. Ja, es hat sich ein bisschen was getan, nicht viel, aber ein bisschen hat sich schon wieder was getan, ne. Oh, 77% von Feld39. Konnte 1, 2, 3, 4, 5 Missionen abschließen, ja, hab mein Geld dann auch immer wieder verpasst, ne, wie es halt so ist im Leben, ne. Hab hier jetzt einen zweiten Abfahrer mit angestellt, den lasse ich gerade hier. Fahre ich gerade selber, weil bis der gleich voll ist und so, und dann, ja, dann kann ich den wieder weg, weil Mais ist doch ganz schön und der kann den Wagen nicht so voll machen. Deswegen muss ich da ab und zu mit selber abfahren. Ähm, so ist der Plan. So, ich hab jetzt immer dann, wie heißt es, wenn der Missionernten abgeschlossen war, hab ich direkt neue Verträge, hab die gegrubbert, hab die gesät und hab die dann gedüngt. So mach ich das Spielchen jetzt hier schon die ganze Zeit, so muss das irgendwie, anders geht das nicht, ne. Wir müssen hier Kohle verdienen. Richtig cool. Oh, ne, jetzt reicht das nicht, oder? Oh, doch, eben voll. Komm, dann bring weg die Schose. Wird's nix denn eben wegbringen hier, das Zeug? Wie seht's? Es läuft, es läuft, es läuft. So muss das. Ja, mein Minus ist wieder weg, ne. Juhu. Nachdem ich sämtliche Bodeninformationen wieder neu kaufen konnte, ich seh natürlich, hat mich das wieder ganz schön reingerissen, ne. Also, das war nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, puh, ist halt so, es ist, wie es ist, ne. Ne, was würdest du denn, wo soll die sagen dagegen, ne? Wollte mal ein Cerium-Bild? Schon ein schönes Bild, ne. Aber wir haben auch einen ganzen Teil der Ernte-Missionen sind auch schon abgearbeitet, ne. Also, es sind nicht mehr ganz so viele offen. Ich hoffe, da kommt noch fett was mit Grubbern und Säen von uns nach, dafür, dass wir auch ordentlich Geld verdienen, ne. So muss das. Ähm. Bis jetzt gehen sie eigentlich dann immer wieder auf. Ähm. Das läuft. Ja. Der ist hier Feld 37 jetzt am Grubbern, ne. Feld 24 haben wir schon komplett fertig, ne. Gedüngt alles. Ja, unser New Holland ist fleißig an Dreschen. Die LKWs habe ich hier hinten hingestellt. Hier der erste Diesel. Ne, 8200 Liter haben wir Diesel. Der fährt fleißig Raps ab. Ja, der teilt das in die Felder auf, wie er gerade Bock hat. Das ist je in der Spielstadt. Ja, der muss die Leute warten, weil er eben war auch reparieren, der Waltra, ne. Aber hier ist nicht mehr so viel. Aber dann ist noch Feld 67 Raps, ne. Das muss der Klaas mit dem Waltra. Die machen die Raps-Missionen. Der New Holland wird später... Sag mal schnell. Du kannst hier aufhören. Du bist hier fertig. Ähm. Wir haben hier noch Hafer und... Weiß Gott, was wir noch alle haben, du. Der zäckt die. So, wir müssen noch eine, eine Mission machen hier. Feld 62. Okay, das kriegen wir hin. Ich hab gesagt, Feld... Mach mal an den Hobel. Klopp dich schon mal wieder ein. So, du fährst mir zu Feld 62. 62. Erster Wegpunkt. Kein Kurs. Wo ist denn jetzt Feld 62? Oh, ach die Kacke. Ähm. Entschuldigung. Darf man nicht sagen. Ich hab hier heute ein Video gemacht, ne. Und hab da hingeschrieben. Shit. Ne. Hat YouTube direkt gesagt. Nee, Svenny. Das darfst du nicht schreiben. Dann müssen wir dir... Sagen. Das ist nicht rechtens. Ja, hab ich den Titel geändert. Und Mist. Ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung, ne. Wo man alles drauf achten muss heutzutage. Das ist ja... Heider nein, ne. Ganz ehrlich. Stimme. 12. M. Perfekto, Perfekto, Perfekto. So, mein kleiner Freund im Kupferstichel. Zapzerab. Zapzerab. Wir können abschließen hier, ne. Und Kraut bekämpfen. Na dann, ey. Der hat aber auch mächtig zu tun, ne. Aber es ist zum Glück die letzte Ecke. Aber... Ja, ja. Das ist halt Geld, was nebenher läuft, ne. Guck mal. Wir haben gar nicht mehr so viel Mission. Da müssen wir noch komplett hin. Oh, 36. Ist auch noch Raps zu ernten. Da ist fast fertig, ne. Da müssen wir noch komplett hin. Ja. Die Bäume wird der New Holland noch machen. Den schicken wir gleich zu 67. Da sind 80 Prozent. Hat wahrscheinlich fast nichts abgeliefert, ne. Ja. Ist halt wie es ist. Der ist an Grubbern. Da müssen wir noch hin. So, Produktion. Gehen wir heute mal von unten los. Zuckerfabrik. Wisst ihr, ist leer. Aber ich habe hier Feld 8 gekauft. Die Melasse muss ich, glaube ich, könnte ich verkaufen. Aber die brauchen wir später, glaube ich, noch fürs Labor. Boah. Kompost könnten wir hier abholen. Habe ich noch nicht gemacht. Läuft der ist mal so. Ist halt nichts. Wir können aber auch hier das jetzt deaktivieren. Ist alle. Da läuft, ne. Die produziert ordentlich wieder. Der läuft hier. 16.000 Papier. 19 Karton. Läuft. Die laufen hier generell, ne. Die verteilen auch gut. Die Werkstätte ist auch fleißig an Daddeln. Ne. Aber hat auch ordentlich was zu tun. So. Wolle. Stoffe. Ich habe 10.000 Liter hierzu gekauft. Und mal 10.000 Liter Baumwolle. Aus dem ganz einfachen Grund. Hier. Kleidung. Heute noch 9.000. Morgen soll das 18.000 bringen. 18.000. Ich hoffe, dass wir noch ordentlich Kleidung bis zum nächsten Inge im Tag durchkriegen. Wir haben da jetzt, wie viel? 8.000 Liter. 18 mal 8. Rechnet euch das mal aus. Das ist eine Menge Geld. Ne. Also. Wenn wir da morgen den Preis für kriegen. Und wir haben da noch 10.000 mehr. Dann sind das 180.000. Deswegen habe ich jetzt ausnahmsweise 10.000 Liter Wolle dazu gekauft. Und 10.000 Baumwolle. Die soll ordentlich Gas geben bis morgen. Dass wir da an den Schlüssel kommen. Ja, hier läuft. Schweine. 34 Liter noch drin. Schafe könnten wir umfahren. Aber wir brauchen das. Ne. Hier. 3.800 Wurst. 6.000 Schweinefleisch. 7.000 Hühnervater. Ja. Sägewerk. Ne. Wir haben eigentlich Holzweller zu wenig. Aber. Ich könnte Holz machen jetzt nebenher. Aber jetzt wieder. Das Ding mieten wir wahrscheinlich vorteilhafter. Ja. Müssten wir drüber nachdenken. Wir haben noch eine große Ecke. Die wir absägen könnten. Ähm. Ja. Mockerei läuft. Ne. Wir haben auch schon wieder ein bisschen Milch. Können wir demnächst wieder umfahren. Läuft langsam wieder nach. Ne. Hier. Da produziert auch ordentlich Strom. Kompost. Was wird sie warten. Da ist alles voll. Außer Mist. Da laufen vier Produktionsschienen. Das läuft. Holzfäller laufen. Diesel. Könnten wir demnächst wieder nachfüllen. Können wir machen. Wenn wir Zeit haben. Hier ist noch Diesel. Das läuft. Da läuft ja gar nichts. Fischer. Hier. 15.000 Liter. Da kommt der erste Diesel hin. Weil das Business muss rennen. Also der bringt richtig Kohle jetzt. Wenn wir unseren eigenen Diesel da reinfahren. Dann ist das nämlich nicht mehr hier mit zukaufen. Dann ist es nämlich Grund wert. Ja. Silage hier. Läuft. Kann ich verklappern oder behalten. Weiß ich noch nicht. Hier läuft volle Pulle. Da gehen schon wieder 16.000 Liter Dinger drin. Aber ich brauche den ja natürlich auch. Also ist nichts zu verraten. BGA. Silage ist voll. Da liegen immer noch jede Ballen vor. Jede Menge Ballen. Ich kann es euch mal zeigen. Hier. Wir besuchen nochmal ihn. Wo ist denn unsere BGA? Hier. Besuchen. Ähm. Das läuft, ne? Hier. Die ganzen Ballen noch aus der Mission liegen hier alle noch vor. Pff. Da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen drum machen. Hä? Die kriegen wir gar nicht so schnell weg. Also das Business rennt. So. Er fährt auf wieder. Schön. Schicki Feuny. Dass die hier mal an den Start kommen, ne? Er ist da auch wieder da. Das läuft. Lundinsleistung auf Feld 37. Okay. Ja. Dann kannst du gleich wieder so einen Einsatz, mein Freund. Und Kupferstecker. Das ist ein fleißiger Einzelkämpfer. Der Deutz, ey. Heidernei. Der ist nur an Racken. Hä? Mit dem Striegel. Läuft nebenher. Frisst kein Brot. Warte. Hast du, hast du, ne? Gibt zwar nicht das meiste Geld. Was ist denn hier? Stau? Hier ab vorne. Fertig werden. Oh, der ist auch gerade nicht. Oh, der ist auch gleich fertig, ne? Ja, das ist auch feine Sache hier, ne? Mit dem Grubber. Und dann hinterher mit der Sämaschine drüber. Dann fährst du nochmal mit dem Düngerstreuer. Kriegst du nachher einen Ernten. Kriegst du drei Missionen dazu. Das ist ein nettes Zubrot, ne? Wie gesagt. Meine Kohlen. Ja, ich hab jetzt Stoffwolle dazu gekauft. Ja, wir müssen demnächst auch Baumwolle ernten, ne? Wir haben ja auf der 12 Baumwolle. Ne, auf der 3 hab ich Baumwolle gesät, ne? Das ist noch von Feld 39. Das ist noch von Feld 77. Ja, und dann hier 36 noch. 54 wird länger dauern. Aber wir werden danach... 54 auf jeden Fall erstmal machen, ne? Nimm da auch noch irgendwo Hoffer. Ah, 44 Hoffer, ne? Hab ich gesät, weiß ich. Der muss eh zu einem Hof. Dann können die erst Soja machen. Dann brauchst du da nämlich nur einen Abfahrer bei dem New Holland. Das läuft dann easy peasy. Ja, da können wir noch nicht so gut mähen. Ja, da hab ich ja erst gemäht. Die Wiesen können noch warten. Wir haben noch zwei Wiesen. Aber wir sind mit dem Zeug so weit von versorgt. Weil man im Endeffekt durch die ganzen Missionen... Ja, hier, guckt euch das doch an. Ja, was soll ich denn nochmal sagen? Wir haben noch 3,2 Millionen Liter Heu. Wir haben 376 Silage. Ja, klar. Ich könnte jetzt wieder Mischration machen. Die geht dann wieder hoch. Wird wieder richtig... Was könnte ich eigentlich machen? Dann gibt es ja wieder richtig Kohle. Wir haben hier nur so viel drin. Oh, ne? Das ist ja mein Mischewagen. Ja, du kannst jetzt mal hier stehen bleiben. Ich hab ja Zeit. Mal eine Mischration machen. Und dann verkloppern irgendwann. Ne, Mädels und Jungs? Läuft bei euch, ne? Schön Milch machen und schön Kälbchen machen. Die müssen da hinten noch hin. Und ich schub den. Saatgut, Dünger, läuft, ne? Was soll ich mir sagen, ey? Wenn rennt, dann rennt, ne? Oder wie sagt man so schön? Ja, ist ja so. Wenn rennt... Ne, ich kann hierbleiben. Wenn rennt, dann rennt. Die ganzen Stelle Tiere laufen. Da ist alles Tutti, ne? Den Wagen könnten wir eigentlich verklappern. Den brauchen wir gar nicht. Der MRN ist gut. Da können wir uns nur noch mal einen Kipper hinterlegen. Aber der Wagen steht auch fast nur rum. Der andere ist ja nur ein Wasserfass. Könnten wir eigentlich verklappern. Wir brauchen den so nicht. Das ist alles immer Kosten, ne? Die, die du eigentlich sparen kannst. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn du sie nicht brauchst, die Maschinen, verklopper ich die in letzter Zeit, weil totet Kapital. So, Handbremse rein. Machen wir den voll. Du kannst auskippen. Hier kommen wir verkaufen den. Wir brauchen den nicht. Das ist alles unnötige Maschinen. Wo bist du denn? Ne, die Verses bist du, ne? Da. Werde ich mir Zeug. Wir haben den anderen, der reicht. Wieder was eingespart, ne? So ist das halt in Leben, ne? Ja, Möhrenernte. Ich hab jetzt das, 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 äh... Dieses Pack mit reingenommen. Von, äh, Dingspumpstings hier. Was es für NF-Marsch gibt, ne? Da werde ich drüber nachdenken. Aber da müssen wir erstmal 500.000, 6, 700.000 für haben. Und da kannst du alle Vorsätze mit dran machen. Da geht ordentlich was rein. Den werden wir uns dann später zulegen. Da muss man nichts drum... Da muss man sich keine Sorgen drum machen. Den werden wir später kaufen. Da bin ich felsenfest sicher, dass wir das machen. Er ist angekommen. Die Form wieder fleißig. Das läuft. Ich werde Mischrationen machen. Jetzt noch ein paar Mal. Dadurch dann später noch ein bisschen verklappern und Kohle machen. Was wir haben, haben wir. Da brauchen wir nämlich uns keine Sorgen mehr drum machen. Ah, hier sind nur noch 102.000 Liter drin, ne? Okay. Müssten wir mal Silage umfahren irgendwann, wenn wir mal Maschinen wieder überhauen, ne? Oh, ich hab hier ja noch einen Wagen stehen. Also von daher geht das alle. Liebe Leute, das geht alles. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.